Herzlich willkommen zu einem spannenden Thema heute Abend zu dem Tag, wo es um unsere Erlösung geht, um so viele Dinge, die wir auch heute auf dem Herzen haben. Und wir wollen Raum machen in unserem Herzen für Bewahrung, für Hoffnung, für Zuversicht, für all das, was der Herr heute Abend für uns geplant hat. Halleluja. Wir haben vieles auf dem Herzen und wir haben vieles vor. Wird gut, wird gut. Wird gut und wir wünschen uns sehr, dass der Herr einfach mittendrin ist, dass er unsere Worte salbt, dass sie für dich zum Nutzen werden, dass du wächst im Glauben an ihn. Und heute in der Gebetszeit, heute Morgen, haben wir einen Text gelesen. Der Herr hat uns an einen Text erinnert in 2. Samuel 22. Der Text in 2. Samuel 22 entspricht eigentlich dem in Psalm 18. Und das ist immer wichtig, wenn die Bibel zweimal den gleichen Text, den gleichen Inhalt schreibt, dann legt sie da ein besonderes Gewicht, eine besondere Betonung drauf. Warte mal, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Wenn die Bibel einmal was schreibt, ist es wichtig. Wenn sie das zweimal bringt, ist es etwas, wo man wirklich darauf aufmerksam sein soll, weil es sehr wichtig ist. Sollte es im Alten und im Neuen Testament kommen, sehr ähnlich oder fast wortgleich, ist es wirklich zu beachten. Und es ist interessant, wenn man schaut, welche Sachen werden wie oft in der Bibel berichtet. Beispielsweise gibt es verschiedene Sachen, auch im Alten Testament, die kommen dreimal vor. Und dann ist es gut, da wirklich ein Augenmerk drauf zu legen. Und auch im Neuen Testament, es gibt ein einziges Wunder, das wird mehr berichtet als alles andere. Nämlich? Das ist die Speisung der 4.000 bzw. 5.000. Da gibt es insgesamt, kommt das siebenmal in den Evangelien vor. Und das ist etwas, was uns wirklich, wie soll ich mal sagen, wo wir aufmerksam drauf sein sollten. Und dieses hier, dieser Psalm 18 bzw. dein Samuel, kommt eben fast wortwörtlich zweimal exakt so vor. Also größte Bedeutung. Das Wort, was mir einfällt, wenn du sagst, zwei- oder dreimal kommt es vor, das ist, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Ah, das finde ich so genial und das fällt mir oft ein, wenn ich vor Sachen stehe, die ich im Natürlichen für sehr unmöglich halte. So, wir lesen in 2. Samuel Vers 17, da heißt es... Warte mal, du hast das Kapitel vergessen. Nein, 2. Samuel 22 hatte ich vorhin schon mal gesagt. So, 2. Samuel 22, wir steigen bei Vers 17 ein. Er griff aus der Höhle, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Er rettete mich vor meinem starken Feind, vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Sie überwältigten mich am Tag meines Unglücks. Aber der Herr wurde mir zerstützt und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Wusstest du, dass Gott Gefallen an dir hat? Die meisten Menschen denken, Gott guckt immer so ein bisschen unzufrieden auf mich. Ich habe wieder dies nicht geschafft und jenes nicht geschafft. Ich war wieder nicht so oder ich war nicht so. Aber hier kannst du lesen, weil er Gefallen an mir hatte, zog er mich heraus aus großen Wassern. Und der Vers 19, das ist dieser, wo es heißt, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Den habe ich in meiner Bibel richtig dickrot angestrichen. Weißt du, was ich bei mir angestrichen habe? Das Wort aber. Ja, aber der Herr. Aber. Ja, aber der Herr. So und dieses aber der Herr, das wollen wir dir heute wirklich zusprechen. Dieses aber der Herr, diese drei Worte oder dieses aber Gottes, das macht oft einen Unterschied in unserem Leben. In unserem Alltag, in unseren Herausforderungen, in den Kämpfen, die wir haben, in den Auseinandersetzungen, die wir haben, in den fatalen Chancen, in den Dingen, die wir einfach verplant haben und wo wir denken, ah, schon wieder nicht. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ah, wann packe ich es denn endlich und der Herr wird irgendwie nicht da mit mir zum Ziel kommen. Das stimmt nicht. Hier heißt es, aber der Herr. Aber der Herr. Ja, das wollen wir heute Abend in dein Leben reinsprechen. Mit dem ganzen Thema heute, du hast es vielleicht gelesen, die Titel heute, der große Tag der Erlösung, Yom Kippur, das persönliche Erlös oder Bekehrungserlebnis, was ich euch mitteilen möchte. Das sind alles Dinge, wo dieses aber der Herr, wie ein Schirm drüber steht. Das ist das, was den Unterschied macht. Und für mich entspricht es genau diesem Neutestamentlichen, wo Jesus sagt, wenn ihr dies alles seht, erhebt eure Häupter. Fürchtet euch nicht. Seid nicht beunruhigt. Wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter. Und er spricht uns dieses aber genauso zu. Aber ich bin doch bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Und wir laufen mit ihm. Er ist der, der uns aus der Höhe an der Hand fasst und uns rauszieht. Auch in den Turbulenzen, die wir jetzt gerade in unserem Land, in unserer Umgebung, wir werden gleich nochmal drüber sprechen, was uns begegnet, was uns so sehr beschäftigt. Er zieht uns heraus. Er ist der Haupterheber. Er ist der, der sagt, wenn ihr das alles seht, macht euch keinen Stress, sondern erhebt euer Haupt. Das heißt so viel wie, stellt euch gerade hin, grabt die Hacken ein und sagt, mit mir ist der Herr und er wird meine Kämpfe führen. Warte mal, ganz kurz. Viele von uns kennen dieses Gefühl, wenn du den Eindruck hast, das ist Wasser, was dir sozusagen über dem Kopf zusammenschlägt, was überwältigend ist, wo du überflutet bist von irgendwelchen Problemen, Herausforderungen, Dingen, die gegen dich stehen. Und David hatte dieses Empfinden und das Einzige, was er hatte, war dieser Schrei zum Herrn, weil er wusste, da ist seine Hilfe. Und das ist bis heute so geblieben. Also, wenn du den Eindruck hast, dass es dich überwältigt, die einzigste Hilfe ist beim Herrn. Und der Herr, wie wir hier lesen können, in 2. Samuel 22 und in Psalm 18, der ist es eben, der eingreift in die Situation und einen rausholt. Ja, das ist meine große Zuversicht. Ich habe diesen Text, der ist rundherum angestrichen und hingeschrieben und alles, weil ich den so oft lese und studiere und weil er mir so viel Zuversicht gibt. Und wenn du jetzt heute da sitzt und sagst, ich habe so wenig, ich bin so ermüdet, ich bin so matt, der Herr möchte das in dein Leben, in deine Situation reinsprechen. Er ist der, der die Dinge verändert. Amen. So, wir wollen jetzt beten gemeinsam. Für mich ist oft wichtig, bevor ich bete, dass ich mein eigenes Denken, dieses Gedankenkarussell, was ich da manchmal habe, oder wenn ich an so viele Sachen gleichzeitig denke oder die Liste, die ich noch abarbeiten möchte, oder was mich vom Tag her über so beschäftigt, dann treffe ich eine Entscheidung und sage, Herr Jesus, ich lege das jetzt ganz bewusst zur Seite. Ich will mich jetzt auf dich fokussieren. Ich möchte mich auf dich konzentrieren, indem ich höre, was du zu mir sagst, was du in meine Situation hineinsprichst. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir einfach, dass du der Haupterheber bist. Wir danken dir, dass du der eine bist, der, der unsere Herzen gewonnen hat. Wir danken dir, dass unsere Blicke auf dich gerichtet sind. Wir danken dir, dass du uns herausgezogen hast aus Schlick und Schlamm, aus Sünde und Vergehen und aus Ungerechtigkeit. Du hast uns gewaschen mit deinem Blut, dass wir rein sind vor dir. Du bist alles für uns. Du bist das Licht, das Licht für uns, das Licht für mich, das Licht für alle, die jetzt hier zusammen sind. Und du bist das Licht dieser Welt. Du bist das Lamm, das geschlachtet wurde. Du bist die Tür, die du geöffnet hast, wo das Blut am Holz war, damit ich in Freiheit gehe. Amen. Yes. Du hast uns errettet aus der Finsternis und gerufen in dein wunderbares Licht. In dein Licht. Halleluja. Du hast uns freigesetzt von der Sklaverei des Landes. Wir sind frei. Wir sind durch diese Tür gegangen. Und Herr Jesus, lass diesen Abend dazu dienen, dass wir verstehen, dass du die Tür bist. Ja. Dass du der bist, der an der Tür steht und anklopft und zu jedem, der dich einlässt, hineinkommst und Gemeinschaft hast. Yes. Herr, wir danken dir für einen lebensverändernden Abend heute. Amen. Wir preisen und wir ehren dich. Du bist Gott und du bist groß und dir ist kein Ding unmöglich. Amen. Ja, Herr, wir wollen dir unsere Liebe bringen und wir sagen, wir erwarten einfach, dass du heute bei jedem Einzelnen bist, der sich jetzt hier einklingt, der dabei ist, der diesen Livestream sieht oder hinterher die Videos. Und wir preisen und ehren dich, Herr. Wir danken dir so sehr für dieses Vorrecht, auch wir im virtuellen Raum, einfach zusammen sein zu können, um dich zu erheben, dich zu preisen, auf dich zu schauen, von dir zu hören, von dir zu lernen. Herr, wir ehren dich, wir geben dir einen Lob, preis alle Ehre. Amen. 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 So, Martin, du hast eine Menge auf dem Herzen. Ja. Fang an. Letzte Woche, Samstag am 19.09. war, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, keine Entrückung. Es gab einige Bibellehrer oder was, die haben da mit geliebäugelt, dass es also an diesem besagten Tag Entrückung sein würde. Aufgrund der Tatsache, dass an dem Tag Rosh Hashanah war, beziehungsweise Yom Truah, das ist der Tag des Posaunenblasens. Ja. Ja, das ist das säkulare jüdische Neujahr und irgendwie von der heilsgeschichtlichen Bedeutung, die dieser Tag nochmal hat, ich werde gleich noch was dazu sagen, haben sie gedacht, okay, jetzt ist die Wiederkunft des Herrn, jetzt ist Entrückung. Es war nicht der Fall, ganz offensichtlich. Ja. Nichtsdestotrotz warten wir, dass Jesus wiederkommt. Wir warten, dass der Herr wiederkommt. Yes. Aber wir glauben, es wird noch einige Jahre dauern. Ja, wir haben noch einen Job zu tun. Es gibt noch einen Job zu tun. Ja, Amen. Es gibt noch einen richtigen, richtigen Job zu tun für uns Christen in Deutschland. Und da gibt es zahlreiche prophetische Worte, die genau darüber zu uns gesprochen haben, was zu tun ist. Und ich glaube, dass du, wenn du in deiner Familie unerrettete Menschen hast, dass das genau dein Anliegen ist, dass sie errettet werden, dass sie rausgezogen werden und ihre Füße auf festen Grund kommen. Deine Verwandten, deine Arbeitskollegen, deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister, deine Nachbarn. Ja, es ist interessant, die Leute, die sich sehr intensiv mit Endzeit beschäftigen, sind häufig, nicht alle, aber manche sind so gepolt, dass sie nur darauf fixiert sind zu gucken, was läuft alles Schlechtes in der Welt. Alles ist ganz furchtbar. Und wir sind eine kleine Gruppierung, eine kleine Herde, ja, die kommt in die Ewigkeit und die anderen gehen halt alle, ja, in die Verdammnis. So, und das ist nicht das, was der Herr will. Manche Christen, wenn du die Reden hörst, dann denkst du, die reden eins zu eins die Agenda des Feindes nach. Denn was will der Feind? Der Feind will, dass möglichst wenig Leute gerettet werden, dass die Christen nicht aktiv sind, nicht evangelisieren, dass sie sich nur mit dem Thema Endzeit und dem Schlimmen, was kommt, beschäftigen, anstatt, dass sie das Evangelium in einer Art und Weise weitergeben, dass wirklich Menschen gerettet werden und sich danach ausstrecken, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Menschen gerettet werden. Amen. Ja, und das ist etwas, was wir echt auf dem Herzen haben. Ja, keiner weiß, wann der Herr wiederkommt. Und jeder, der bis jetzt berechnet hat, jeder lag daneben. Auch übrigens Luther hat zwei-, dreimal während seiner Lebenszeit die Wiederkunft des Herrn schon vorausgesagt. Und also hunderte von geistlichen Leitern über die Jahrhunderte und alle waren daneben. Und bis heute waren sie natürlich alle daneben. Es kommt der Tag. Also ich bin echt froh, dass wir noch nicht da sind. Ja, es ist noch Heizzeit und wir haben unseren Job zu tun. Ehrlich. Es muss noch der Himmel bevölkert werden und die Hölle geplündert werden. Das ist das, was Reinhard Bonnke immer gesagt hat. Und ich will daran einen Anteil haben. Ja, das ist auch die Frucht, die wir für die Ewigkeit haben. Das, was wir dem Herrn bringen können, dass wir Menschen gerettet haben. Und nicht zu vergessen, die Zeit, in der wir jetzt leben, die ist wirklich, wir sind wirklich in eine neue Dekade gekommen. Wir haben es schon mal gesagt. Wir haben das Bild, was Jesus gebraucht hat, mit den Wehen aufgenommen. Und wir haben ja gesagt, es gab diese erste Wehe, wo es heißt, jetzt geht es los. Aber wenn ihr jemals mit Wehen oder mit Frauen, die entbunden haben, gesprochen habt, dann wisst ihr, die Eröffnungswehe ist nicht die einzige, sondern danach folgen mehrere andere Wehen. Und es wird schneller gehen mit den Wehen. Je mehr das Kind zur Geburt kommt, desto schneller geht das mit den Wehen. Und wir rechnen, desto kürzer sind die Abstände. Desto kürzer sind die Ruhepausen dazwischen. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich empfinde im Moment wie eine kleine Ruhepause. Aber ich spüre schon wieder, dass es die Vorbereitungen gibt, dass es wieder zu neuen Bewegungen, wollen wir mal sagen, oder Wehentätigkeit kommt. Und wir sollten alle wirklich, wie soll ich sagen, den Fokus nicht verlieren. Wir sollten bereit sein, wir sollten uns vorbereiten. Wir sollen nicht einfach den Kopf in den Sand stecken oder sagen, ja, glaube ich den offiziellen Medien oder glaube ich den alternativen Medien oder ich weiß gar nicht. Alle machen Angst. Also wenn du Angst hast oder Angst empfindest, bei irgendwelchen Meldungen musst du mehr beten und dem Herrn vertrauen und gerade darüber nachdenken, dass er unser Haupterheber ist. Dass er der Ermutiger ist. Das ist genau das mit den Prophetien. Weil wir gesagt haben, das eine sagt, ist das offizielle Statement. Das andere sind irgendwelche alternativen Sachen. Und das ist ja alles vielleicht richtig und vielleicht auch nicht. Was wir brauchen ist, was sagt Gott? Genau, wir müssen gegründet sein. Was sagt Gott in dem ganzen Ding? Und deshalb ist es A wichtig, dass man die Bibel liest. Und B, diese prophetischen Worte, die wir ja auch da in dieser Broschüre Gott und das deutschsprachige Europa rausgegeben haben als Beispiel. Ein kleiner Ausschnitt ist das ja nur. Um zu sehen, ey, was entwickelt sich? Was sagt Gott? Was kommt? Und das ist eben anders, sowohl als das, was die offiziellen Medien sagen und auch anders als viele, viele von den alternativen Sachen sind. Es ist einfach eine geistliche Sichtweise. Es ist eine ganz andere Dimension. Komplett anders. Aber jetzt erklär doch mal, wieso kommst du darauf, dass das die erste Wehe war? Ja, weil der Lockdown war schon im März etwas, was uns alle ja extrem bewegt hat. Also niemand hätte vor sieben, siebeneinhalb Monaten für möglich gehalten, dass die ganze Welt mit Mundschutz versehen überall rumläuft. Hättest du das jemandem gesagt, er hätte wahrscheinlich gedacht, du wirst verrückt. Ich habe jetzt mal drüber nachgedacht. Ist vielleicht ein bisschen lustig, aber vielleicht auch nicht. Wie wäre es, wenn jetzt zum Beispiel eine Meldung käme, im Herbst gibt es Läuse und wir müssen uns alle schützen, denn die übertragen Krankheiten. Läuse. Und in den Haaren sitzen die, also müssen die Haare ab. Ja. Also Glatze wird angesagt. Naja, Schatz. Oder zumindest vielleicht so eine Aluminiumhaube, mit der die Leute rumlaufen. Ja, wir wollen ja nicht jetzt da weiteres einschränken. Aber warte mal, das ist eine interessante Sache, weil, wenn du das jemandem erzählen würdest, würde dich jeder für eine Spinne halten. Ja. Ja, du würdest Distanz wahren müssen, du müsstest irgendwelche komischen Sachen aufziehen, du würdest gewisse Sachen nicht mehr machen dürfen. Frisöre würden schließen. Äh, Autsch. Leute, die jetzt sowas hätten, also Läuse, ja, würden natürlich wahrscheinlich geächtet werden, irgendwie abgetrennt mit irgendwelchen Benichtungsmitteln, also für die Läuse eingedampft. Aber es würde eine Impfung geben. Eine Anti-Läuse-Impfung. Also, was wir sagen wollen ist, hättest du vor einem Jahr jemanden das Szenario ausgemalt, in dem wir heute leben, hätte jeder deutsche Bürger dich für einen Spinner gehalten, hätte gesagt, das ist absolute Idiotie, kein Mensch würde sich das mit sich machen lassen. Wahrscheinlich nicht. Es ist vollkommen unrealistisch. Es wäre als schwachsinnigste Verschwörungstheorie dargestellt worden. So, jetzt haben wir den Zustand, in dem wir leben, jeder sagt, okay, ist halt so oder auch. Machen wir halt mit. Jeder muss mitmachen, muss mitmachen, weil die Repressalien und der Druck und die Strafen einfach abartig sind. Aber im Grunde genommen, diese unreale Sichtweise, dass man das als unrealistisch sieht, ja, was auf einen zukommt, das ist genau das Ding, in dem wir drin sind. Und die Sachen können in der Dynamik, in der wir uns gerade befinden, sich radikal verändern. Wie, was beispielsweise gesagt wird, in irgendwelchen Medien oder in den Verschwörungsdings. Oder aber, so wie Gott es sagt. Und das ist völlig anders. Das ist das Interessante an den Punkten. Ne? Ja. Aber das mit den Läusen finde ich gut. Nein, das war nur... Tüme nur gerade ein. Ja, man, die, die, also in Schule und Kindergärten, das wäre ein Riesenproblem, ne? Okay, belassen wir das mit den Läusen dabei. Gut. Wir haben euch ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es eine Webseite gibt von einer Dame, die wir sehr schätzen, die Texte, die sie da veröffentlicht. Das ist Vera Lengsfeld. Vera, also mit V, Vera Lengsfeld, mit E Lengsfeld. Vera Lengsfeld ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, kommt aus Ostdeutschland. Die war beim runden Tisch, als damals die DDR da im Zusammenbruch war, bei diesem runden Tisch, da war sie dabei. Und Vera Lengsfeld ist jemand, die hat eine coole Webseite mit Texten, also da gibt es nur Texte. Aber für Leute, die gern lesen, ist das hochwertig und die bringt sehr ungewöhnliche... Ja, ist auch informativ und recherchiert. Ja, und es ist echt, da ist nicht ein Hauch von Verschwörung dran, sondern das ist wirklich redaktionell hochinteressante Sachen. Und am 22. September hat sie hier einen Text, da möchte ich ein bisschen was vorlesen. Am gestrigen 21.09.2020 gab es zwei Corona-Nachrichten, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Bei den täglichen infizierten Zahlen wurde im Deutschlandfunk mitgeteilt, dass es keinen einzigen Corona-Toten gab, nicht mal einen über 90-Jährigen. Eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, bei denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, in Aussicht stellt. Zur Kontrolle will er nicht nur die Polizei, die bereits im Einsatz ist, sondern auch die Bundeswehr heranziehen. 100 Bundeswehrsoldaten sollen die Gesundheitsämter unterstützen. Denn, was ist der Grund? Am Sonntag hätten die Corona-Zahlen in München den Wert von 55,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche erreicht. Das heißt, jeder 1.800. Bürger da in München... ...einen Test gemacht. Ja. Es wird ja nicht gesagt... Doch, Neuinfektionen, Neuinfektionen. So, Grund wären vor allem private Feiern. Ob diese registrierten Infizierten überhaupt krank sind, ob die irgendwelche Symptome zeigen oder sonst was, das wird allerdings nicht gesagt. Ja? Stattdessen wird Panik geschürt, denn die meisten Menschen setzen Infektionen mit Erkrankung gleich, was ja nicht der Fall ist. Muss nicht sein. Die meisten Leute können infiziert sein und haben nicht das Geringste. Oder haben wenig... Also ich kenne, wir kennen persönlich durch unseren Dienst, können wir mindestens 12, ich denke eher 15 Personen, die tatsächlich Corona hatten. Also die einen Test gemacht haben und die... Die auch krank waren. Einige von denen, drei oder vier, waren richtig krank. Andere, da war nichts. Ja, die hatten mal ein Riechvermögen verloren oder sonst was und mehr war nicht. Das heißt, nicht jeder, der Corona infiziert ist, ist auch sofort irgendwie krank. Ja, viele Leute spüren gar nichts. Aber jetzt wird es noch interessanter. Am Tag der Ankündigung von Söder wurde im Deutschlandfunk verlautbart, dass die Anzahl der Toten, die an oder mit Corona gestorben seien, etwas über 9000 lag. Etwas über 9000 in Deutschland. Diese Zahl ist hochgepusht, weil jeder, der Corona mal hatte, irgendwann positiv getestet worden ist, ist ein Corona-Toter. Ich meine, wenn der im März von mir aus einen Corona-Test hatte, nicht das Geringste war und dann irgendwie jetzt... Durch einen Unfall, durch irgendwas, einfach zu Tode kommt, der ist ein Corona-Toter. Obwohl nicht das Geringste, das eigentlich mit der Krankheit hat. Wenn der vom Auto überfahren wird, ist es ein Corona-Toter. Das muss man sich mal vorstellen. So ist die offizielle Zählweise. So, das sind also 9000. So, das ist erheblich weniger als die übliche Sterberate durch Infektionen mit Krankenhauskeimen. Das ist eine ganz geringe Zahl. Ja, wir hatten in der letzten Saison, hatten wir über 22.000 Grippetote. So, wenn du jetzt die Corona-Toten und die paar Grippetoten, die sie gezählt haben, zusammennimmst, bist du deutlich unter 10.000. Ist also halbierter Satz. Das ist echt interessant, Zahlen vom RKI, ne? So, tatsächlich, schreibt sie hier weiter, haben wir in den Pandemie-Monaten keine Über-, sondern eine Untersterblichkeit. Es sterben viel weniger Leute als normal. Naja, nun denke ich, ein Grund wird vielleicht sein, dass viele Leute ja auch nicht ins Krankenhaus gegangen sind oder nicht gehen konnten. Es kamen zu viel weniger Operationen und viele Leute sind schon aus Angst nicht ins Krankenhaus gegangen, sodass fällt mir ein wenig höhere Krankenhauskeime. Heißt also, in diesem Jahr sind weniger Leute gestorben als sonst. Ja, übrigens, die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland liegt, glaube ich, bei 81, noch was, Jahren 6 oder so. Die durchschnittliche Sterbealter von den Corona-Toten liegt bei über 82 Jahren. Also, das sind alles Sachen, die muss man sich mal bewusst machen, ne? So, aber trotzdem, trotz all dem wurden die, oder werden die, oder wurden die Corona-Maßnahmen verschärft. Und dann schreibt sie, nun auch noch die Bundeswehr. Die Bundeswehr wird rangeholt. Und dann schreibt sie, was ich vermisse, ist ein Aufschrei der Linken, die sich bisher immer gegen einen theoretischen Einsatz der Bundeswehr im Inneren positioniert hatten. Nun, da ein solcher Einsatz angekündigt wird, herrscht dröhnendes Schweigen. Ja, es ist nicht der Auftrag der Bundeswehr, die Bevölkerung zu drangsalieren oder zu kontrollieren. Das ist einfach etwas, was neu ist. Nein, in der Form gab es das bis jetzt noch nicht in unserer schönen Republik. Ja, aber das ist natürlich wirklich im Natürlichen jetzt. Ja, das ist so. Was uns halt begegnet, ist sehr viel, dass die Leute uns anschreiben. Also, es gibt auch Leute, die schreiben uns wirkliche Hass-Mails. Also, das muss man ja auch sagen. Ja, wir reden nicht von. Da reden wir nicht von. Aber es ist nicht so, dass wir nur Fanpost kriegen. Also, es gibt wirklich auch Dresche, ja? Oder Mails und Briefe und so weiter. Teilweise mit Androhungen von irgendwelchen fürchterlichen Sachen. Gut. Aber was uns auffällt, ist einfach, dass die meisten Christen, die uns anschreiben, sagen, was ich nicht verstehe, ist, dass die Leute schweigen. Dass die einfach nichts sagen. Dass in den Gemeinden, das Thema wird totgeschwiegen. Das ist etwas, was sozusagen irgendwie ausgeblendet ist. Und so. Und da habe ich einen interessanten Text gefunden auf der Webseite von den Christen im Widerstand. Christen im Widerstand und die möchte ich dir vorlesen. Aber vorher möchte ich dir noch ein Zitat von Martin Niemöller geben. Vielleicht kennst du den Namen. Niemöller, das war ein lutherischer Pfarrer, gestorben 1984. Und der war eigentlich so ein Widerstandsmensch im Dritten Reich, hat sich offen gegen Adolf Hitler ausgesprochen, hat die letzten sieben Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft, dann ab 1938, denke ich mal, im Konzentrationslagern verbracht. Wobei das Interessante bei dem Martin Niemöller war, eigentlich, und da hat er nie einen Hehl draus gemacht, später, der hat das öffentlich bekannt, also sehr authentisch, eigentlich war er überzeugter Antisemit. Und am Anfang war er Hitler-Fan. Es gab sogar mal eine Situation, dass er mit ein paar Bischöfen oder so eine Audienz bei Hitler persönlich hatte. Und danach hat er gemerkt, irgendwie ist hier was anders und fing an zu denken und so weiter. Und er hat ein sehr, sehr bekanntes Zitat mal gegeben über diese spezielle Situation damals. Das lese ich dir mal vor, also Martin Niemöller. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Das ist ein sehr, sehr, sehr bekanntes Zitat von Martin Niemöller. Und das geht genau in das hinein, was ich jetzt hier euch von der Seite von Christen im Widerstand vorlesen möchte. Der Text, kannst du auch auf der Webseite dort finden, ist von einem Mitarbeiter dort. Und der heißt Ferras al-Nakash. Und ja, totgeschwiegen würde ich das Ganze überschreiben. Liebe Nachbarn, wir sind gute Christen und darum dem Staat in allem Untertan. Wenn man versucht, euch durch Lügen und Furcht zu knechten oder unter Kontrolle zu halten, werden wir schweigen. Denn wir sind gute Christen und dem Staat in allem Untertan. Wenn man euch eure elementaren, gesetzlich verbrichten Grundrechte nehmen wird, werden wir schweigen. Denn wir sind gute Christen und dem Staat in allem Untertan. Wenn man euch grundlos eure wirtschaftliche Existenz zerstören wird und euch weiter in finanzielle Abhängigkeit treibt, werden wir schweigen. Denn wir sind gute Christen und dem Staat in allem Untertan. Wenn man euch isoliert, wenn man immer weitere Instrumente der Überwachung installiert und euch aufruft, euch gegenseitig zu denunzieren, werden wir schweigen. Denn wir sind gute Christen und dem Staat in allem Untertan. Wenn man euch zwingen wird, eure körperliche Unversehrtheit aufzugeben und euch und eure Kinder mit einer ungeprüften Substanz impfen zu lassen, werden wir schweigen. Denn wir sind ja gute Christen und dem Staat in allem Untertan. Wenn ihr doch aufsteht, euch friedlich versammelt, um für eure Grundgesetz einzustehen, werden wir schweigen. Denn wir sind gute Christen und dem Staat in allem Untertan. Denn wenn ihr dann festgenommen und als Verschwörungstheoretiker diffamiert werdet, so wie eure Eltern, zur Zeit der Wiedervereinigung vorher durch den Fall der DDR, als Kontrarevolutionäre und Revanchisten diffamiert werden, wie vor 30 Jahren friedlich für ihre Rechte aufstanden, werden wir schweigen. Denn wir sind gute Christen und dem Staat in allem Untertan. Aber, ich hoffe, liebe Nachbarn, ihr werdet uns trotzdem glauben, wenn wir euch sagen, dass Gott euch ganz doll lieb hat. Also als ich diesen Text gesehen hatte, hat es mich wirklich erwischt. Ich dachte, der hat das auf den Punkt gekloppt. Und das ist etwas, was tragisch ist. Weißt du, überall in der ganzen Republik stehen Leute auf und machen den Mund auf. Und bei der Christenheit hast du nur ein paar Tausend, wenn es hochkommt. Es ist wirklich schockierend. Wir sind Christen. Wir wollen nicht schweigen, weil Gottes Liebe real ist. Wir wollen den Leuten das weitergeben, was wir haben. Wie gesagt, ein Text von Feras Al-Nakasch von Christen im Widerstand. Und dazu hat er noch verschiedene Bibelstellen dabei. Und in dem Zusammenhang passt diese hier beispielsweise sehr gut. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen zu werden und vor den Menschen zertreten zu werden. Oder, das war in Matthäus 5, Vers 13, Sprüche 21, Vers 3, Gerechtigkeit und Recht üben, ist Jahwe lieber als Schlachtopfer. Und in Jesaja 1, Vers 17, lernt Gutes tun. Fragt nach dem Recht. Weist den Unterdrücker zurecht. Schafft Recht der Weise. Führt den Rechtsstreit der Witwe. Wenn du das Alte Testament anschaust, es ist erstaunlich, wie oft wir aufgefördert werden, uns um die Schwachen zu kümmern, gegen irgendwelchen Missbrauch aufzustehen. Auch für Gerechtigkeit. Es geht immer um Gerechtigkeit. Um Ordnung. Es geht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein riesiges Thema. Und das ist etwas, was momentan mit Füßen getreten wird. Weltweit. 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 Schockierend weltweit. Und wo wir einfach sagen, wir müssen aufstehen, wir dürfen beten, wir können vorwärts gehen, im Kleinen und im Großen. Andererseits haben uns etliche Leute auch angeschrieben, die gesagt haben, wenn ich darüber spreche, über meine Bedenken, über meine Fragen, über meine Zweifel, die anderen Christen verbieten mir den Mund, die wollen nicht, dass ich was sage, manche wurden aus den Gemeinden rausgeschmissen. Das ist natürlich die Kehrseite von dem Ganzen. Also es ist schwierig. Wir sind tatsächlich in eine schwierige Zeit reingekommen. Ich habe es vorhin gesagt. Das, was wir wahrnehmen, ist, dass der Feind alles versuchen wird und will, diese Zertrennung und diesen Schaden in Familien, in Freundschaften, in Beziehungen reinzustreuen, er ist der Zertrenner. Und er wird diese ganze Sache benutzen, weltweit, dass es in sozialen Beziehungen zu Zertrennungen kommt. Nun wollen wir jetzt nicht hier den großen Revolutsaufstand machen, aber wir wollen sagen, wir müssen beten, damit es überhaupt möglich wird, die Ernte einzubringen. Denn er ist durch diese Zertrennung dabei, die Ernte zu rauben. Und wir wollen nicht Leute sein, die tatenlos zugucken, wie er die Ernte kaputt macht. Wie er Leute zur Seite bringt, einfach Zertrennung in die Beziehungen hineinschmeißt. Denn dann erstickt jedes Gespräch. So, was wir auch sagen möchten, ist, sei weise, sei klug, bete, was du sagen kannst und dass es nicht zu kampfhaften Auseinandersetzungen kommt. Es ist besser, dass wir erst im Gebet mit Gott die Dinge klären. Er ist im Regiment. Er ist im Regiment. Wir müssen wirklich verstehen, dass dem Herrn das Ganze nicht entgeht. Auch nicht mit deinen Beziehungen, auch nicht mit dem, dass du in der Gemeinde Stress hast. Gott entgeht es nicht. Er ist derjenige, der seine Pläne zur Vollendung bringen wird. Das ist das große Thema der Offenbarung. Jesus wird kommen als der siegreiche, überwindende Herr. Er ist das Lamm, das die Siegel öffnen wird. Und das ist das, was wir im Gebet nach vorne bringen, wo wir beteiligt sind. Verstehst du? Nicht nur die Leute, die auf die Straße gehen und demonstrieren, bei allem Respekt, den ich ihnen zolle oder wir. Wir sind wirklich total am Beten, wenn wir wissen, Leute stehen auf für unsere Rechte. Sondern wir sind auch die, die sagen, wir müssen im Gebet auf diese Höhe kommen. Wir haben darüber gesprochen, dass Mose, Hur und Aaron auf die Höhe gestiegen sind und unten tobte der Kampf gegen Amalek. Joshua brauchte dieses Gebet auf dem Berg. Er brauchte diese Fürbitte, diesen Fürsprecher. Wenn du eine Rechtssache gerade laufen hast, du brauchst Leute an deiner Seite, die im Gebet stehen. Und die deine Kämpfe im Gebet unterstützen und begleiten und nach vorne bringen. Zum Thema Offenbarung möchte ich nochmal hier was sagen. Da haben wir jetzt, also wenn schon, ja, Thema Offenbarung. Das ist ja für sehr viele Menschen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Buch mit sieben Siegeln. Wir haben hier dieses Buch bei uns im Shop, Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Das ist nach unserem persönlichen Dafürhalten das Beste, was wir kennen. Wir haben da schon wirklich schon sehr viele verkauft, weil wir überzeugt sind, das ist ein super gutes Buch. Das Buch ist richtig günstig, aufgrund, dass es ein Nachdruck ist. Es sind fast 270 Seiten, kostet nur 9 Euro. Und es ist ein super Buch mit diesem komplexen Thema Offenbarung. Und das ist das Buch, was momentan dran ist, die Offenbarung. Aber wenn du die Offenbarung liest, wirst du wahrscheinlich diverse Fragen offen haben. Und hier, das ist etwas, wo es nach unserem Dafürhalten super gut erklärt wird. Auch nicht so mit Spekulationen und irgendwelchen komischen Sachen, sondern wirklich gut. Also, wenn du es noch nicht hast, empfehlen wir dir das wirklich bei uns im Shop zu bestellen. Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Gerade zu dem Thema sehr, sehr hilfreich. Denn viele, viele Christen, wie wir vorhin gesagt haben, sind nur im Negativen. Die wohnen in diesem Dunkeln und Negativen und beschäftigen sich damit. Und das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist nicht die eigentliche Story. Gut, so, gleich werde ich nochmal was sagen zu diesem Thema mit dem Rosh Hashanah, beziehungsweise Yom Tua. Und dann, mein Thema ist Yom Kippur. Ja, der große Versöhnungstag. Der große Versöhnungstag. Das ist cool. Aber? Ich fange mal an. Du machst die Vorbereitung dafür, damit wir das mit der Versöhnung gut kapieren. Ja. Ich mache mal die Vorbereitung davon. Genau. Als Martin gesagt hat, er wird über Yom Kippur sprechen, da dachte ich, ey, das ist total gut. Das ist total richtig. Und den Tag Yom Kippur müsste eigentlich jeder von uns erleben. Und zwar nicht in dem alttestamentlichen Bild, was ihr nachher gleich hören werdet, sondern der große Versöhnungstag. Das ist das, dieser eine Tag, der in deinem und meinem Leben gewesen ist. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Thema. Der große Tag der Versöhnung und der Tag, der mein Leben veränderte. Und ich hoffe und mein Gebet war heute, dass viele dabei sind, die sagen können, ich weiß diesen einen bestimmten Tag, der der große Versöhnungstag für mich mit Gott, mit Jesus gewesen ist. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, ich kann mich nicht so richtig an das Datum erinnern, wo ich mich bekehrt habe. Aber ich habe eine Entwicklung mit Jesus gehabt. Ich kann wirklich sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So, viele Menschen gehen ja jetzt auch so in dieser Zeit zum Evangelisieren. In vielen Gesprächen wird immer wieder gesagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der große Tenor von Evangelisation. Lasst euch versöhnen mit Gott. Aber dieses lasst euch versöhnen mit Gott ist mehr als, ja, ich weiß, ich weiß, dass Gott gibt und ich glaube ja auch an Gott und ich will so Frieden mit ihm haben. Ich bin auch Mitglied in der Kirche oder ich weiß das alles, aber so, wenn er mir nichts tut, dann tue ich ihm auch nichts. Und da ist Versöhnung immer so ein bisschen von, ich halte Frieden. Ich lehne mich nicht aus dem Fenster, aber ich habe den Status Quo. Ja, ich war in der Gemeinde, mittlerweile bin ich raus aus der Gemeinde, aber ich lasse das einfach mal so stehen. Lasst euch versöhnen mit Gott ist viel, viel, viel mehr, ist viel tiefer als einfach nur, ich halte mal Frieden. Lasst euch versöhnen mit Gott, das ist das große Erlösungswerk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Die gute Nachricht, es ist, dass es eine Botschaft der Rettung und der Gnade für uns gibt. Als ich im Teenager-Alter war, da wurde diese Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott, die wurde richtig oft und kernig und gut gepredigt. Und ich fand das auch richtig, also ich war dabei, wenn Einsätze gemacht wurden, wenn so Aktionen in jedes Haus gemacht wurden, wenn wirklich diese ganzen Dinge der Gemeinde gemacht wurden, dann war ich hellauf begeistert. Und das war etwas, was mir auch gut gefallen hat. Ich bin in einer gläubigen Familie groß geworden und die Ausrichtung im Wort Gottes und das Predigen und in der Gemeinde zu sein, wirklich so in den Ordnungen Gottes unterwegs zu sein, das war für mich ganz selbstverständlich. Ich bin da drin aufgewachsen. Ich sang im Chor mit. Ich war immer da, wenn irgendwas in der Gemeinde los war. Und ich hatte so den Eindruck, ich mache alles richtig. Das dachte ich jedenfalls. Die Gemeinde war evangelistisch und deswegen gab es jedes Jahr eine Evangelisation. Und da wurden die Leute im Umkreis eingeladen. Es wurde gepredigt. Es war das eine Mal dann an dieser Evangelisation so, dass ein Team von einer Bibelschule gekommen war und mir gefiel das. Das waren junge Leute und die waren so voller Feuer. Und ich habe gedacht, die haben was. Das ist anders, als ich das so kenne. Und so ein bisschen habe ich nach ihnen geguckt und dachte, das würde ich auch gerne so glauben und haben. Bei einer solchen Abendveranstaltung, da war ein Bibeltext spielerisch so in so einem Laien-Spiel dargestellt worden aus Daniel 5. Ich will den Text jetzt gar nicht lesen. Ich erzähle euch gleich den Inhalt. Und das Ding von diesem Laien-Spiel war, dass auf der Bühne eine richtig riesig große Waage aufgestellt war. Und einzelne Leute traten nun in diesem Spiel an diese Waage heran und sie hatten etwas in der Hand, was sie gebracht haben. Und bei dem einen waren es die Sachen, beim anderen eine andere Sache. Und die Waage sollte eigentlich dann immer zugunsten desjenigen ausschlagen, der seine Sache brachte. So, der Text, aus dem dieses Bild genommen war, der ist aus diesem Daniel 5. Und da geht es um Belsarza. Belsarza ist ein König, ein sehr mächtiger König. Und Belsarza feiert ein Festgelage mit 1000 seiner Getreuen, seiner Großen. 1000 Leute in Festgelage für 1000 Leute, das muss schon was Großes gewesen sein. Und in seiner Feierlaune, wahrscheinlich war er auch schon ziemlich betrunken, da befiehlt er, dass man die goldenen und silbernen Gefäße, die aus dem Tempel von Jerusalem stammten, zu holen, damit er und seine Leute, seine Gäste und seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken sollten. Und sie tranken Wein und sie priesen die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die eisernen und die hölzernen und steinernen Götter. Indem sie aus den Kälchen und aus den Geräten des Tempels tranken, priesen sie gleichzeitig die toten Götter, die, die nicht reden und die nicht irgendwie helfen konnten. In dem Augenblick, wir lesen jetzt in Kapitel 5, Vers 4, in diesem Augenblick, wo das Festgelage so richtig am Höhepunkt ist, erscheint der Finger einer Menschenhand an der Wand und diese Finger schreiben auf die getünchte Wand des Königspalastes und der König sieht diese Hand, wie sie schreibt. Das bereitet ihm solch einen Schock, dass ihn seine Kraft verließ. Und da lesen wir in Vers 6, seine Knie schlugen aneinander. Das heißt, der ganze Mensch war am Beben und Schütteln, weil er diese Demonstration gesehen hat und er wusste nicht so richtig, was es ist. Da rief er seine Wahrsager und seine Sterndeuter und seine Zauberer, dass sie ihm diese Schrift erklären sollten. Und großen Lohn sollte derjenige bekommen, der diese Schrift lesen und ihm erklären könnte. Aber es gelang niemand. Da tritt die Königin auf. Und die hat jetzt eine zündende Idee. Sie sagt, in deinem Königreich, o König, gibt es einen Mann, der in der Lage ist, dir zu helfen. Und Daniel war dieser eine Mann und er wurde hereingeführt. Ihm wird auch dieses ganze Geschenk, dieses ganze Zeugs wird ihm angeboten. Und Daniel war einer, der nicht bestechlich war. Daniel lehnt den Pomp und Reichtum ab und er weiß, wem sein Leben gehört. Er weiß, wer ihn bis dahin gebracht hat. Und seine Worte sind sehr deutlich, die er jetzt dem König sagt. Du, König, hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und du hast aus den Gefäßen, die du mit deinen Leuten gegeben hast, getrunken. Du hast die Götter gepriesen, die dir nichts nutzen, die nichts sehen, nichts hören und nichts wissen. Dem Gott aber, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem dein ganzes Geschick liegt, dem hast du keine Ehre erwiesen. Und er hat die Hand gesandt, die diese Schrift an der Wand geschrieben hat. Und das ist die Schrift. Mene, Mene, Tekel, Opa, Sinn. Und die Bedeutung ist diese. Mene, gezählt hat Gott deine Königsherrschaft und er hat sie beendet. Tekel heißt gewogen. Du bist gewogen worden auf der Waage und für zu leicht bist du befunden worden. Die Schrift schrieb Mene, Mene, Tekel. Es hat eine doppelte Bedeutung, dass hier geschrieben wird, Mene, Mene. Das heißt gezählt und geprüft. Gewogen worden bist du auf der Waage und für zu leicht bist du befunden worden, heißt du bist, du bist mangelhaft bei Gott empfunden worden, du bist fehlerhaft empfunden worden, du bist von geringer Qualität. Es reicht nicht für Gottes Maßstäbe, wie du bist. Und du kannst nicht im Entferntesten da dran kommen. Du vertraust auf deine Götter, die nichts sehen, nichts reden können, die dir nicht helfen können. Und in Gottes Augen bist du mangelhaft befunden worden. Es reicht nicht, wie du bist. Der Inhalt dieses Textes, der wurde in diesem Laien-Spiel an diesem Abend der Evangelisation den Menschen gezeigt und vorgespielt. Eine Waage als Gericht Gottes und wo die Menschen kamen, um zu bringen, was sie dachten, dass das Gutes ist aus ihrem Leben, dass es Wert hat, dass sie doch ganz toll sind und jetzt Gott endlich mal sagen können, wie klasse sie doch eigentlich ihr Leben gestaltet haben. Sie wollten Gott etwas vorweisen von dem, was sie dachten, das doch ganz okay ist. Zum Beispiel kam ein Mann mit einem großen Koffer und der hatte Mengen an Spendengeldern da drin. Und der hat gesagt, ich bringe mächtige Spenden, weil ich habe so viele Werke unterstützt, die Gutes getan haben. Jemand kam mit Zetteln von Mitgliedschaften, die von großen, wohltätigen Vereinen waren. Und er sagte, ich habe immer den Armen geholfen und Geld gespendet und gegeben. Ich habe immer im Barmherzigkeitsdienst mitgearbeitet. Jemand kam mit der Mitgliedschaft in einer Gemeinde und sie sagte, ich unterstütze die Gemeinde, ich putze jede Woche, ich singe im Chor und mit mir ist eigentlich jeder zufrieden. Ich helfe, wo es nur geht und ich bin angesehen und beliebt bei allen Leuten. Jeder von diesen Personen, der kam und seine Sachen brachte, stand vor der Waage und die Waage schlug nicht zu ihren Gunsten aus, sondern es hieß immer Mähne, 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 Tekel. Gewogen, gewogen und für zu leicht befunden. Es reichte einfach nicht aus. Alles, was sie gebracht haben, reichte nicht aus. Ihnen fehlte etwas ganz Entscheidendes. Mein Zuschauen, das weiß ich heute noch 100% genau, mein Zuschauen verwandelte sich von, ist ja klasse, ist ja interessant, in ein angespanntes, fast verkrampftes Zuhören. Und ich weiß heute noch, dass ich mit brennendem Gesicht da gesessen habe und mich gefragt habe, was ist denn das? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich war innerlich aufgewühlt und mir gab das alles zu denken. Meine Gedanken rasten quasi in meinem Kopf, weil ich fand mich in all diesen Menschen, die zu dieser Waage gekommen waren, fand ich mich wieder. Ich war doch auch eine von denen, die immer in der Gemeinde waren, die immer mitgeholfen hat, die immer dabei war, die im Jugendkreis war, die mitgesungen hat, mitgeholfen. Immer wo Action war, da war ich dabei. Und jeder war nett und zufrieden und hat gesagt, das hast du wirklich gut gemacht. Und das Gefühl hatte ich ja selbst. Ich dachte selbst, das ist echt gut, was du machst. Und Gott muss doch mit dir zufrieden sein oder Gott wird mit dir zufrieden sein. Vielleicht habe ich auch gar nicht so viel über Gott nachgedacht, sondern einfach, dass ich ja so klasse in der Gemeinde laufe. In dem Laien-Spiel kam dann eine junge Frau zu dieser Waage und sie hatte keinen Koffer, keine Tasche, kein Paket oder irgendwas unter dem Arm, sondern sie hatte nur ein kleines Holzkreuz in der Hand. Und sie sagte, eigentlich habe ich nichts, aber ich habe mein Herz Jesus gegeben. Er ist mein Herr und er hat mir das Leben ganz neu geschenkt. Und sie legte dieses Holzkreuz auf die eine Waagschale und die Waage schlug zu ihren Gunsten aus. In dem Moment spürte ich eine ganz tiefe Unruhe in mir. Was, wenn ich nicht ausreichen würde? Ich bin doch fromm. Alle denken doch, dass ich so cool bin. Ich mache doch auch alles richtig. Jedenfalls so einigermaßen. Ich mache doch überall schon mit. Gott sollte eigentlich zufrieden sein, aber reichte das? Ich wusste, dass mir etwas fehlte. Und das war dieses kleine Holzkreuz. Nicht das Kreuz aus Holz, sondern das Bekenntnis. Jesus ist mein Herr. Mein Leben gehört ihm. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Er hat es angenommen. Er hat mich zu sich gezogen aus lauter Gnade. Das konnte ich nicht sagen. Und ich wusste, dass das das Allerentscheidendste gewesen ist. Ich wusste in meinem Herzen, dass es hieß, gewogen und für zu leicht befunden. Ich begann zu weinen und bei dem Ersten, ich war mit bei den Ersten, die beim Aufruf nach vorne gingen. Ich wollte unbedingt jetzt diese Sache mit dem Holzkreuz vor Gott und den Menschen in Ordnung bringen. Ich wollte unbedingt, dass mein Leben Jesus gehört. Ich habe das nicht aus Angst gemacht. Manche Leute, denen ich mein Zeugnis erzählt habe, die haben gesagt, ja, du hast Angst gehabt, dass Gott dich ablehnt. Das war nicht ganz so. Es war einfach dieses, ich wusste, so wie ich bin, würde ich einen Fürsprecher haben müssen. Jemand, der für mich bezahlt, was ich in meinem Leben als Schuld habe. Und das war das andere. Ich wusste in dem Moment, da ist Sünde in meinem Leben. Da ist Schuld. Ich habe früher nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, ja, das macht man halt mal so. Man klaut halt mal Geld aus dem Portemonnaie von der Mama. Oder man lügt sich halt mal so ein bisschen korrekt. Oder, naja, wenn man nicht die ganze Wahrheit sagt, ist es ja auch schon so gut wie. Und so, ich hatte darüber keine Erkenntnis. Aber jetzt, in dem Moment, erwischte mich das Reden Gottes, erwischte mich der Heilige Geist und er legte mir das vor. Gewogen, gewogen und für zu leicht befunden. Ich bekannte dann vor einer Person, die mit mir betete, diese ganze Schuld. Ich wusste in dem Moment, das war wie ein Film. Und ich habe mich gesehen, wie ich an das Schrankfach ging, wo das Portemonnaie von meiner Mutter war. Und ich sah mich, wie ich einfach so 50 Pfennig daraus genommen habe. Und das war für damalige Verhältnisse schon ganz schön happig. Ich bekannte diese Schuld vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Diese Person hörte mir zu und sie sprach mir im Namen Jesus diese Vergebung zu. Mit der Buse kam das Wissen, das Gott mir vergeben hat. Mir wurde vergeben und ich konnte dieses kostbare Geschenk von Jesus annehmen. Ich wusste, die Waage, sie würde jetzt auch für mich zu meinen Gunsten ausschlagen, weil ich einen Retter gefunden hatte. Ich hatte dieses Holzkreuz in der Hand und ich wusste, dass diese Gnade ein Geschenk war. Später habe ich noch mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ich war so voller Glück, voller Fröhlichkeit, voller Freude, als ich diesen Schritt getan habe. Ich konnte mich kaum halten. Ich bin nach Hause gekommen und habe meiner Mutter sofort gesagt, Mama, mein Leben gehört jetzt Jesus. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst, wo ich so viele Dinge gemacht habe, die nicht gut waren. Und sie hat sich mit mir gefreut und auch die anderen. Ich musste dann noch zu einer Nachbarin gehen und verschiedene Sachen bekennen und ich musste Dinge in Ordnung bringen. Das war nicht so leicht, das war schon ein bisschen unangenehm und peinlich, würde ich sagen. Aber ich wusste, ich muss das tun, damit dieses Versklavtsein vom Feind, dieses Ziehen in Schuld und Sünde, dass das weggenommen ist. Auch in der sichtbaren Welt bei Menschen. Vielleicht sind heute Leute hier, die das hören oder die das ganz neu hören sollten. Vielleicht gibt es auch Menschen, die schon lange im Glauben stehen und die sagen, naja, so dieses erste Brennen, das irgendwie, dieses Feuer, das ist bei mir weg. Dieses Feuer der Begeisterung, dieses Feuer der Kraft, dieses Feuer Jesus, du bist da, du bist alles für mich. Alles, mein ganzes Leben richtet sich auf dich aus. Vielleicht brauchst du eine neue Salbung, eine neue Hingabe an Jesus. Neu ihm dein Leben anvertrauen. In der Offenbarung, da steht ein Text, der mich auch immer wirklich bewegt. Da ist das aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Eure Liebe ist nicht mehr so, wie sie am Anfang war. Alles richtig gemacht. Aber das Wichtigste, diese brennende Bereitschaft für den Herrn verloren. Da heißt es, erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Dieses Brennen, diese Sehnsucht, dieses Erwarten, dass Gott mein ganzes Herz erfüllt, dass Jesus in meinem Herzen ist, dass der Heilige Geist in mir mehr Raum gewinnt. Das ist das, worum es geht. Mit dieser Lebensübergabe an Jesus kam auch diese tiefe Gewissheit, dass ich für Zeit und Ewigkeit gerettet bin. Für Zeit und Ewigkeit bin ich sein Kind, seine Tochter geworden, seine Nachfolgerin, sein Eigentum. Manchmal kommen Leute und sie sagen, ja, also nach meiner Bekehrung, da gab es immer so viele Tiefen und so ein Versagen und alles diese Dinge und ich weiß gar nicht, ob ich wirklich gerettet bin. Ich möchte dir das jetzt zusprechen. Wenn du weißt, ich habe mein Leben Jesus gegeben, dann gehörst du zu denen, die in seinem Reich einen Platz haben. Dann gehörst du zu denen, wo er sagt, du bist reingewaschen durch mein Blut. Du bist gesetzt zur Rechten der Kraft Gottes. Du gehörst mir für Zeit und Ewigkeit. Du wirst nicht verloren gehen. Als ich auf dem Weg mit dem Herrn war, gab es einige von diesen Entscheidungen. Natürlich, ich war jung, ich war ein junger Mensch, ich wollte vieles auch sehen und haben und erleben und ich musste diesen Weg gehen. Versteht ihr, einmal gerettet heißt, ich muss einen Weg mit Jesus gehen. Ich muss das immer wieder vertiefen. Ich muss diesen Glauben leben. Ich musste mir einen Lebensstil des Glaubens, des Betens, des Lesens im Wort Gottes, diese Zeit mit Jesus, ich musste das unbedingt trainieren und lernen. Das ist nicht etwas, was uns einfach so zufällt, sondern das ist der Punkt, an dem der Feind sofort kommt und sagt, guck mal, das hast du nicht gemacht. Du hast ja so wenig Glauben und du bist ja gar nicht so und du willst das ja auch gar nicht alles so erfüllen. Und guck mal, wie toll das andere ist und ja, du musst den Glauben ein bisschen auf die Seite räumen. Es war ein Weg, den ich mit dem Herrn zurücklegen musste. Und später, sehr, sehr, sehr lange später, hat der Herr diesen Weg nochmal verändert. Und er hat mir gezeigt, dass der Heilige Geist eine Kraft zum Leben ist. Eine Kraft zum Zeugnis. Eine Kraft, die mir hilft, Jesus zu erkennen. Gott, den Vater zu erkennen. Ihn zu lieben. Ihn über alles zu setzen. Zu sagen, Jesus, es geht alles nur um dich. Der Heilige Geist, den ich gefunden habe, der mich wirklich getauft hat, noch einmal zubereitet hat, dass ich ihn hören konnte, dass ich einfach mein Leben, mein ganzes Christsein vertiefen konnte, der mich geleitet hat, der mich geführt hat in alle Wahrheit, der mich getröstet hat. Alle diese Dinge, die habe ich erst sehr viel später erlebt und entdeckt. Und als ich diese Taufe im Heiligen Geist bekommen habe und als ein Zeichen davon in neun Zungen sprechen konnte, beten konnte, erst da konnte ich sagen, Jesus, ich liebe dich. Das habe ich wirklich erst da richtig von Herzen sagen können. Der Heilige Geist hat mir das eröffnet. Ich war vorher, ja, ich würde auch sagen, in allem gut unterwegs. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich musste Dinge verändern. Ich musste wirklich öfter diese Hingabe an Jesus vollziehen. Ich musste öfter sagen, Herr Jesus, ja, zurück, zurück, nochmal. Ich komme wieder zu dir. Ich bringe dir meine Schuld. Ich bringe dir meinen Versagen. Und ich nehme dich wieder ganz neu in den Fokus. Und der Herr hat mir jedes Mal seine Hand hingestreckt. Er hat mich jedes Mal aus diesen großen Wassern herausgeholfen. Ganz neu, ganz, ganz tief. Zu dem Thema Heilsgewissheit habe ich gedacht, wie kann ich euch das am besten nochmal erklären. Schau, mir ist ein Beispiel eingefallen von unserer Tochter. Die war in England auf einer Bibelschule. Und eines Tages rief sie uns ganz aufgeregt an und sagte, ich habe einen Strafzettel bekommen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und es ist furchtbar und sie hat sich ganz schrecklich aufgeregt. Und das war eine sehr herausfordernde Situation für sie, weil sie hatte eigentlich im Grunde genommen gar nicht so viele Ressourcen, diesen großen Strafzettel zu bezahlen. Aber bei uns kam als Eltern nach ein paar Wochen diese Information, dieses Benachrichtigungsschreiben über diesen Strafzettel in England an. Das hatte ein bisschen gedauert, weil man da erst gucken musste, das war ja ein ausländisches, also ein deutsches Auto, was in England gefahren war. Und dieser Vorfall war in England passiert und das waren so ein paar Dinge, die da erst geklärt werden mussten, kosteten dann auch nochmal extra Geld. Und der Strafzettel, der war auch ganz schön saftig. So, was hat der Vater von unserer Tochter, also der Martin, was hat er gemacht mit dem Strafzettel? Er hat nicht gesagt, naja Kind, hast du Pech gehabt, jetzt musst du mal sehen, wie du das Geld zusammenkriegst und das irgendwie wieder wegbügelst, sondern er hat einfach diesen Strafzettel bezahlt, er hat sie angerufen, hat gesagt, weißt du was, die Schuld ist bezahlt, mach dir keinen Stress, alles ist gut. Wir hatten natürlich von der Banküberweisung eine Quittung, haben ihr die geschickt und alle diese ganzen Dinge und sie konnte aufatmen, sie war frei, weil die Schuld war bezahlt. Und es wäre doch sehr dumm gewesen, wenn sie gesagt hätte, das glaube ich aber nicht, das halte ich für völlig unmöglich, dass ihr das gemacht habt. Oder, nee, ich war ja nicht selber dabei, als der Papa das bezahlt hat, deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das stimmt. Nein, das hat sie nicht gemacht. Sie wusste, auf den Papa kann sie sich verlassen. Er hat die Schuld beglichen und sie ist frei. Und das ist das Geschenk für sie gewesen. Ein Geschenk, guck, ein Geschenk kannst du nicht bezahlen, dann ist es nämlich kein Geschenk. Ein Geschenk, wenn du es bekommst, musst du es öffnen. Du musst es annehmen und öffnen und dann wird es zu deinem eigenen. Und genau das hat der Vater im Himmel durch seinen Sohn Jesus Christus für dich gemacht. Er hat am Kreuz deine Schuld bezahlt. Das ist das, wenn wir sagen, der Schuldschein ist zerrissen. Er hat dein Leben neu wiederhergestellt. Und dadurch, dass er die Schuld bezahlt hat, bist du frei. Du bist frei. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, das glaube ich aber nicht, dass er das gemacht hat. Und eigentlich, und wer weiß denn, und ob, und dies und das. Verstehst du, dass, wenn du diese Sache anzweifelst, dann hat sich das Werk am Kreuz nicht mit deinem Glauben verbunden, sondern dann hast du es vielleicht als etwas gelesen, was in der Bibel steht. Aber wenn sich dein Glaube damit verbindet, wenn dein Herz sich damit verbindet, dann kommt es zum Leben. Dann ist es eine Gewissheit, die der Heilige Geist dir schenkt. Und wenn dann immer noch der Feind kommt und sagt, nee, und das ist nicht so, und er schwätzt dir das weg, dann musst du aufstehen und dem Feind gebieten, dass dieses Reden aufhört. Und dann musst du proklamieren, dass es Wahrheit ist, weil es ein Geschenk ist, was Jesus dir gemacht hat, was der Vater im Himmel dir gemacht hat. Und wo der Heilige Geist in dir dieses unterstützt, diesen Glauben unterstützt, dass du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit. Und in 1. Johannes 5, Vers 9 steht, Und in 1. Johannes 1, Vers 7 steht, Der Heilige Geist wurde in mir eine Kraftquelle, die mir dieses Zeugnis der Heilsgewissheit in Christus gegeben hat. Es gab in meinem Leben auch Zeiten, wo ich dachte, naja, ist das denn so? Aber das war meistens dann, wenn ich mich selber ein Stück weit weg von Gott entfernt habe. Und wenn ich wieder mich ihm genagt habe, wenn die Dinge wieder zwischen ihm und mir in Ordnung gekommen waren, dann konnte ich wieder diese starke Gewissheit des Heiligen Geistes in mir empfinden. Ich möchte eigentlich dir sagen, dass du ganz neu dem Herrn dein Leben anvertraust, dass du ganz neu den Heiligen Geist bittest, dass er in deinem Leben wirksam wird, dass er stärker Raum in dir gewinnt, dass er der ist, der dich in alle Wahrheit leitet, dass du unterscheiden kannst, ob das eine Stimme des Feindes ist, der dir die Dinge wegschwätzen will, der dir deinen Glauben rauben will, der das Vertrauen in Gott unterlaufen will, oder ob du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, ich bin vor Gott gerecht gesprochen. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Wir wollen jetzt beten für die, die im Moment vielleicht mit Heilsgewissheit am Strackeln sind, und dass sie wieder sich Gott nahen, dass sie Jesus ganz neu ergreifen und dass der Heilige Geist in ihnen ein starkes Zeugnis schafft. Amen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für das Werk am Kreuz, das du gegeben hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Wir danken dir, dass wir, die wir an dich glauben, uns darauf berufen können, dass wir dieses Geschenk annehmen. Ich danke dir, dass jeder, der zu dir kommt, nicht verloren wird, sondern gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Amen. Ich bete für jeden, der ganz neu, ein neues Feuer, eine neue Hingabe, eine neue Salbung in seinem Leben braucht. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Ja. Jetzt kommst, jetzt kommst, jetzt kommst, und dass du dieses Feuer neu in Brand setzt. Ja, yes. Dass du jetzt kommst und ganz neu salbst mit dem Öl des Heiligen Geistes. Ja. Für eine Gewissheit im Glauben. Ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit. Nichts kann mich aus der Hand des Vaters weisen. Yes. Was, wer, wie sollte mich trennen von der Liebe Gottes. Amen. Die in Christus Jesus ist. Ich spreche dir das zu im Vertrauen auf den Herrn, dass er dich neu füllen wird, dass er dir neu Kraft geben wird, dass er deinen Glauben stärken wird, deine Zuversicht in ihm und dass der Heilige Geist als ein Unterpfand in deinem Leben ist und dass er stark ist in dir, dass er mächtig ist in dir und dass du Freude und Sieg in ihm empfinden und erleben wirst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yes. Ich empfinde, dass wir durchaus auch noch einen Aufruf machen sollten. Ja. Für Menschen, die vielleicht den Herrn noch nie angenommen haben. Und diese Sendung sehen. Ja, die das sehen. Oder aber aus irgendwelchen christlichen Kreisen kommen, wo sie im Grunde genommen was ganz ähnliches wie du empfunden haben. Einfach irgendwie immer dabei, immer mitgelaufen, aber so den richtigen Schritt einfach nie gemacht. Oder eigentlich auch in der Tradition gelaufen. Ja. Wir kennen Leute auch, die in der Gemeinde waren, immer mitgemacht haben und irgendwann ist es zu Schwierigkeiten gekommen und sie sind rausgegangen aus der Gemeinde und mit dem ist dieses Gerüst, diese Tradition weggefallen. Zusammengebrochen. Und sie haben quasi nichts mehr. Ja. Genau. Und da haben wir hier diese Broschüre, der Spaziergang, die habe ich schon mehrfach vorgestellt. Das ist von unserem Dienst aus ein richtiges kleines Büchlein zum Thema Errettung und Bekehrung. Genau. Es ist eine Geschichte, Fantasy kann man nicht sagen, so eine poetische Geschichte. Und dann geht es eben darum, wie ist es, wenn man Christ werden will. Und so weiter. Und die ersten Fragen dazu und eben auch Übergabegebet. Dann gibt es weiter hinten noch, wenn man einen Neuanfang mit Jesus machen will. Auch das ist genauso wichtig. Gerade in der Zeit jetzt, ihr lieben Oren. Es ist, also ich wollte euch nicht nur mein Zeugnis erzählen, wegen dem Erzählen, sondern die Zeit, in der wir leben, die ist so schwierig, so anstrengend und so herausfordernd. Und wir gehen in Zeiten, wo es heißt, in dem prophetischen Wort auch, dass es zu einer Sinnkrise bei Menschen kommt. Eine Sinnkrise ist das, wenn man nicht weiß, wohin man gehört und dass es einen Gott im Himmel, einen Vater im Himmel gibt, einen Jesus, der für mich gestorben ist und einen Heiligen Geist, der mir in diesem, meinem Leben helfen will. Ja. Amen. Wenn das für dich ist, möchte ich jetzt einfach dieses Gebet, wie es hier steht, vorlesen. Ja? Okay. Und nimm es einfach. Und wenn es nur einer ist, der hier zuschaut. Ja. Ja? Nimm es einfach für dich an. Jesus Christus, ich wende mich dir zu. Gut. Ich akzeptiere hiermit, dass ich ein Sünder bin, der keinerlei Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise gerecht vor Gott zu stehen oder zu ihm gelangen zu können. Ich erkenne, dass ich von Gott getrennt bin. Du, Jesus Christus, hast den Weg frei gemacht, damit ich zu Gott kommen kann. Ja. Ich akzeptiere das jetzt für mich. Ich akzeptiere, dass du, Jesus, für mich lebst, gestorben bist, auferstanden bist. Yes, amen. Ich akzeptiere deinen Opfertod für mich, den du stellvertretend am Kreuz erlitten hast. Ich nehme das für mich persönlich jetzt, willentlich, in Anspruch. Herr, ich tue Buße für alle Dinge, die ich falsch gemacht habe, wissentlich oder unwissentlich. Ich bitte dich, dass du mich in einen Prozess der Reinigung, der Heiligung und deines Segens hineinführst. Yes. Ich möchte anders leben, als ich bisher lebte. Ich möchte so leben, dass es dir wohlgefällig ist. Bitte zeige mir alle Dinge, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind und hilf mir, sie zu bereinigen und völlig frei von allem zu werden, was deinen Absichten für mein Leben widerspricht. Ich nehme all das an, was du für mich getan hast, ich akzeptiere dich als meinen alleinigen Herrn, Retter und Erlöser. Amen. Du hast dein Leben für mich gegeben. Das empfange ich als Geschenk der Erlösung von dir. Ich gebe dir mein Leben. Es gehört dir. Im Namen Jesu erkläre ich vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin erlöst. Ich habe siegreiches Leben hier auf der Erde und nach meinem Tod ewiges Leben in der Gegenwart Gottes, im Himmel. Amen. 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 Ja, das war's. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020